Herzlich Willkommen zu einer Folgekarte in Thüringen, 1.0 Wir werden jetzt Feldnummer 60 vorbereiten Das heißt wir werden mal gucken, nach dem Traktor oder dem zweiten Der Dabrothma Wir haben hier, das war nicht so schnell Aber ich denke mal dann macht es auch Wir haben einen Hänger daneben, der dort steht Der hier steht Den daneben Und den blauen Auto nehmen wir auch Wenn da was drin sein sollte, dann kippt man es aus ja die Kühe melden sich der ist leer der hat den Kühen eingeprogrammiert die anderen versuchen auch anzuhängen in dieser Eifer die sind gestürzt die fahren die sind so gut die sind so gut die können die anderen Okay. Ja und ich mach es mal. Aber irgendwas klappt das schon. So, da ist Trimmel in die Fraktion. Das macht aber nichts. Denn hier haben wir entsprechend den Solar reingekippen. Das kann der was auch nehmen. Oh, hier. Hier haben wir was gebaut hier. Ich sag, wenn du ein Gebäude setzen willst, mach das vor Ort in der Ebene. Mach das Plan. Mach das gerade. Dann passiert nichts. Dann hast du das hinbekommen. Aber ansonsten. Das macht kein Spaß. Im Lager können wir auch so fahren. So. Wir haben ein Universallager. Wird zwar so nicht funktionieren in der reellen Welt, aber gut. Wir können es hier auch nicht wundertprozentig übernehmen. Ist ja gar nicht vorbildlich. So. So. Zeichen abladen. Dann können wir das nächste Mal entsprechend. Ja. So. Ja. Nehmen zum Füttern, ne? Nehmen zum Füttern, ne? Ich stelle mal am Rand hin und dann schauen wir mal, wie wir es hinkriegen mit der Überführung. Weil. Das muss ja auch noch gemacht werden, ne? Programmiert ist aber schon. Also wir müssen nur laden den Kurs. Sollte auch nicht gespeichert sein. Vor 12 machen wir so einen Schluss. Und zum Schluss holen wir uns alle Fahrzeuge zurück, die irgendwo gedüngt haben. Wir können schon mal abkassieren. Vor 13. Rechnung schreiben. Fertig ist fertig. Das andere machen wir nicht. Weil das nicht geht. Beziehungsweise... Ach 28, nee, da ist gut. Aber so kann die KI dann entsprechend abschließen. Jetzt hatten wir ja Probleme mit der Berechnung hier. Dafür haben wir nämlich keine Zeit zur Zeit. Ach so, ja. Das ist ja bezahlt. Der Reifegrat wieder weg. Ist doch ein Witz. Ist doch wieder grün. Na gut, mir ist egal. Das wird bezahlt. Das ist das gleiche wie bei dem Feld 11. Katastrophe. Aber so ist er da. Man darf ja nicht so weit spielen, ne? Ja, die beiden sprechen sie mal ab. Macht aber nichts. Der Kurs der Fahrer ist eh unterwegs. Aber leer machen könnte man schon. Mit dem Rest. Den müssen wir jetzt aber entsprechend echt parken, ne? Sonst gibt's hau und stechen hier. Wohl da nicht so tragisch. Der hält der an, guckt die Meldung, guckt nicht weiter. Aber auf dem Feld ist das nicht so lieb und nett. Wir haben jetzt wirkliches tun, als hier um andere Aufgaben zu kümmern. Wohl da. Der wäre so. Wohl da warten wir vom LKW hier und auf unseren Traktor hier. Und dann Deutz. Und dann geht gleich los. Das ist das. Das ist das. Das ist das. Ich bin jetzt nicht gebar. Ich bin jetzt nicht gebar. Aber ich bin jetzt gebar. Wo ist er? Vielleicht sind jetzt noch jemand anderes. Oh! Und das ist 60 auch alles da? und dann den Wurzeln aktivieren. Ein drittes Wurzeln parallel ineinander glaube ich, mache ich nicht. Es sei, dass es auch Hafer gewesen wäre. Aber so ist es eher unkunstig. Dann haben wir noch ein Fahrzeug. Den grünen Überladerwagen. Haben wir da. Aber so 58, geht dort rein. So, wo ist er? Ganz hinten. Aber so gut auffällig erledigt. Die Erde geht eigentlich relativ zügig. Relativ. Weil die kein Problem machen. Die machen halt ihre Arbeit. So wie es sein soll. Nur wenn da ein Twitter hinzukommt, der da entsprechend abfahren soll. Dann schockert er schon nicht mehr. Spätestens beim Wenn das in der Frucht steht und dann wird das schon nichts. Bisschen schneller. Viertel neunzig wieder. Ja, aber... Ist er heute ein Arme dabei? Ich bin mal weg auf ihn. Machen wir die Folge noch und dann reicht auch heute. Denk mal nicht. Jetzt früher anfangen müssen normalerweise. Ich habe auch zu lange geschlafen und dann... Ich habe gestern zu lange gespielt. Bis um halb drei, glaube ich. In die neue Let's Play. Äh... Wie den Namen richtig aussprochen. Sieben. Also sieben. Days. 2D. Äh... Englisch. Habe ich nie gelernt. War meiner Meinung, das brauche ich nie. Aber im Nachhinein, naja... Ist doch eher gepasst. Wenn man ein bisschen... Also ein bisschen gelernt hätte. Aber wir hatten die Wahl zu sagen, mach's und mach's nicht. Und ich war... Ehrlich gesagt... ganz froh. Einer sagte, ne du musst nicht. Äh gut, wenn ich nicht muss, dann mach ich auch nicht. Und so habe ich gesagt, Englisch mach ich nicht. Und dann sage ich ledig. Ich habe die freie Stunde gelassen, ne. Ich muss jetzt zwar an der Schule bleiben und warten. Wieso geht der jetzt in den Erplan? Muss der wirklich vom anderen Ende kommen? Ja. Muss man nicht verstehen, ne. Aber da ist so, da ist der Punkt, wo er abladen kann. Und da geht's ja nur durch. Und andere geht nicht. So. Locking ist der andere hier. Der Traktor hier. Wo ist die jetzt hin? Abwägen. Ja. Was machen wir jetzt? 60. Macht ja auch wenig Sinn, ne. Aber wir können schon mal kurz programmieren. Einsteigen. Okay. So. Laden. Überführungskurs. Oh je. Austart, Ernte, Flügel. Überführung. 1260. Das ist schon mal richtig. Oh, der schwarze noch abwägen. Ja, aber man denkt, es klappt alles, ne. Das ist alles richtig, aber... Wo willst du denn jetzt hin? Nein. Gibt's doch gar nicht. Irgendwie haben wir ja nicht. Kopfverfahren und aus. Ist... Ist... Ist schon manchmal schon... Ja, gut. Was wollen wir noch zu sagen, ne. Machen wir doch. Was will ich heute arbeiten? Nö, nö. Nö, nö. Ist nicht. Machen die nicht. Mal gucken hier, wie die überhaupt... Der Kurs ist hier auf dem Feld. Und nicht irgendwo. Da wäre irgendwann irgendwo... Da sieht die Pfeile gerade aus. Die nicht laufen. Die Pfeile gehen in die andere Richtung. Das ist... Ich weiß nicht. Wie das plötzlich kommt. Oder ob da irgendwie... Die Tatsache, dass der andere plötzlich einen Kurs geladen hat. Die Pfeile... Fast... Naja... Fast zu einem gleichen Zeitpunkt. Ist schon merkwürdig. Mehr kann man natürlich sagen. So... Einstellungen. Also ich kann es wirklich jetzt nicht erklären, wie du das in dem Feld kommst. So liebes Frau, das soll es für heute auch gewesen sein. Ich versuch mal ein bisschen stremmer durchzuziehen. Dann seid mal süße die Winkel. Schau schau. Wenn man hört und sieht sie dann vielleicht in der nächsten Folge. Dann machen wir die Ernte weiter. Tschüss. Und danke fürs Reinschauen.